einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu alles 22 auf der nfmarsch in der vierfachversion ohne gräben es gibt die nur in der vierfachversion so jetzt gucken wir mal einmal z motor starten ich vergesse das jedes mal einmal z dann rüber die kack so jetzt fahren wir noch mal ein stückchen vor und z hallo da ist ein ballen komm am ende bist du die drei prozent noch mach schnell los ne ist es nicht schade also müssen wir noch mal welche machen gut upsie was habe ich denn jetzt gemacht verzeihung da war ich kurz aus dem spiel raus so was ach ja weil ich hier in dem menü bin deswegen kann ich mit der maus rüber ziehen ist klar na gut ähm fahr erst mal wieder dorthin du bist auch gleich fertig du bist gleich fertig du bist gleich wieder voll du bist da du bist fertig hör auf stopp aus schätzelein du bist fertig nein noch nicht abschließen savara noch nicht abschließen du musst noch wenigstens die 3000 glieder rausholen wurde er manuell gestoppt ähm du fährst mal bitte zum hof habe ich das hier hof hof ich hoffe das ist auch der hof hof so du bist gleich wieder da du bist gleich wieder da du bist auch gleich fertig zapp zapp du musst kurz warten bin ich jetzt richtig ich bin jetzt getreide ag ne motor zunächst starten ich würde sagen wir werden es gleich merken wir müssen wieder ein stück zurück fahren jetzt sehr schön schnutzel da kannst du jetzt wieder auf feld 70 fahren damit es dort weiter gehen kann und wir werden hier noch ein paar ballen pressen müssen es ist leider gottes so wir kommen nicht rund rum ein bisschen muss noch was ist ein bisschen wie viele ballen sind ein bisschen ich habe ja echt gedacht es reicht aber es reichte eben nicht so werde ich jetzt die reihe noch machen und ich hoffe das reicht dann dass wir endlich damit fertig werden wie gesagt das gras dann einsammeln ist das kleinste problem so ohne momento auch leute das und genau das nervt mich so immens ich hasse das ich hasse das so damalsen da kommt er schon wieder angetüdelt angetüdelt was das stilo kostet das weiß ich jetzt ja aus dem kopf leider nicht aber ich denke erst das wird noch drin sein das ist beim hof angekommen sehr schön auf der feld 65 ist die lohn dienstleistung abgeschlossen naja gut das ist bloß kruppern das ist nicht so schlimm das kann er noch weitermachen ist auch angekommen ich sehe es und wenn ich presse dann nur quarter ball man kann nicht wenigstens erstmal durch wegpressen man kann nicht wenigstens erstmal durch wegpressen irgendwann wird das sowieso kommen wenn wir alles für aufträge haben wollen tun dann werde ich nicht rundherum kommen in der ballenpresse zu kaufen aber wie gesagt dann wird es nur eine quader ballenpresse beziehungsweise nicht beziehungsweise es wird dann nur eine quader ballenpresse dann kann man nämlich wenigstens durch wegpressen ja das silieren nicht das ist klar aber das ist ja jetzt nicht so schlimm so zum und selbst zapp zap 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 vor die legge i ab in dies kochen ab in dieses auto rumti bumti rumti bumti Böööch Ich möchte die Ballen haben, die paar Stück, mit Hoffnung, dass es reicht. B? Warum? Reset. B. Danke. Ich habe das Resetten vergessen. Zapp, 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 puff, abgeschubst. Nicht so schlimm. Ist nicht unseres. Nicht so schlimm. Was sind das jetzt nochmal? Zehn Ballen. Zwei Minuten. Sehr schön. Ähm, pass auf. Erstmal so. Äh, ich hatte es doch schon offen. Mittlere Maustaste? Danke. So, nein, äh, nein, das, ja, zieh los. Juhu, Betty ist fertig. Das heißt, wir sind fertig mit Krupphaaren. Es gibt das erste Geld. Ich würde das gleich noch mitmachen. Da spar ich mir die 4.000. Vielleicht geht das. Wir probieren es einfach. Ich weiß es nämlich nicht, ich habe das noch nie probiert. Ich probiere das jetzt einfach. So, wo war das Feld 43? Betty, fahr mal auf, Sturkiputz, du musst mal auf Feld 43 fahren. 43, fahr mal los. So, gut, ich muss mal ganz kurz, kleiner Cut, dann geht es weiter. So, ich muss mal ganz kurz, kleiner Cut, dann geht es weiter. So, wie war das Feld 43 Vielen Dank. 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 No, no. Das machen wir anders. Wir gehen auf. No, no. Oh, no. Kurz kurz aus. Wir gehen auf. So, no, no. Mal gucken, mal gucken. Wie weit du warst. Jetzt muss ich. Mal gucken. Welches Feld. Das heißt, das heißt, genau hier, genau hier. Ich bin hier rundum gefahren. hier rundum. Hier rundum. hoch, runter. hier, das ist, hier, das ist, wahrscheinlich ich guck gleich noch mal ob wir richtig stehen ob du wirklich richtig stehst? siehst du, wenn das dicht angeht? so jetzt einfach mal hier stehen ja doch hier ist richtig mach weiter so du bist wieder da mein schätzelein das ist aber schön ich vergesse das jedes mal und geld gab es dazu? sehr schön. also sind wir fertig. das heißt junger mann du fährst jetzt erst mal auf den ruf auf unseren hof warte mal, das machen wir mal zu hof und los du bist noch unterwegs, du machst noch du machst noch, du stehst noch rum du bist wieder da wir brauchen neues material wir brauchen neues material bamsi kaufen so motor starten ui 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 la d'herma und einmal füllen es dauert jetzt ein kleines minütchen meine voll ist er ja nicht, aber das ist nicht so schlimm jetzt vor mir erst mal zu dem großen Feld auf den 59 Vertrag akzeptieren ja, ich weiß, ich wollte das eigentlich erst probieren, aber wir machen das jetzt gleich so zur 59 war das, ne, genau, fahr mal los hier, wir sind fertig, macht das Ding aus du musstest auch bald fertig sein, du fährst jetzt auf dem Hof, genau du bist noch unterwegs, sehr schön, das heißt, wir müssen jetzt etwas warten oh, was macht er denn jetzt, achso, wegen Ausladen, hm, ich komme Philipp Philipp, ich komm, Philipp, ich komm ist beim Hof angekommen, sehr schön Philipp, ich bin da hier okay, rückwärts, Philipp, du kannst weitermachen ich fahr mal hier rüber, ob du ein bisschen Platz hast so du bist noch unterwegs das brauche ich ja eigentlich nicht mehr du bist auf dem Hof, sehr schön ich stelle jetzt meinen Anhänger einfach hier an zur Seite so hole mir das machen wir jetzt gleich selber zap zap ich glaube nicht, dass der kleine Fan das wirklich schaffen tut aber er macht das jetzt einfach erst mal dann kann er halt nicht so schnell fahren, fährt er halt langsam, ist mir egal er muss jetzt ich muss mal gucken, wie ich dieses Straßennetz ausblenden kann das geht mir ein bisschen auf den Sack, aber ist okay so wir nehmen uns dieses gute Stück mit und wir fahren mit denen auf Feld 41 erst mal mittlere Maustaste, ich warte das nie lang so auf Feld 41 fahr los du bist da das ist total schön machen wir dich erst mal aus dann fahren wir dich mal aufs Feld damit wir Curseplay aktivieren können so, warte mal ha, 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 ha äh was? Moment ich muss dann gleich erst mal gucken äh, ja, an sich können wir das alles so lassen tun wir mal generieren Feldkurs dann tun wir nochmal schließen wo hast du denn so, dann legen wir los er macht erst mal ui, wo bist denn du? ui, wo bist denn du? schnöcki was hab ich denn schon für schöne Angestellte? ja hallo? stopp ach nee, doch, doch, doch ist richtig das sah bloß so doof aus durch das Licht ist okay du bist auch angekommen sehr schön pass auf dann machen wir das hier weg ich muss meinen Motor starten ich vergesse das jedes Mal das geht um so so dann fahren wir hier aufs Feld dann machen wir den Kurs erst mal weg tun einen neuen Kurs generieren wo bist du denn? da unten sehr schön dann los du bist fertig hasi warum sagst denn du das nicht? hat er gesagt, ne? ich wette dann bist du auch fertig für heute schnöcki dann fährst du mal bitte auf den Hof los geht's und ich kann ein bisschen Geld verdienen passt auf das ist ganz schön anstrengend ja, wartet mal, spritzen das war nämlich der letzte Spritzi-Auftrag abschließen somit kommt Geld in die Kasse so der fährt jetzt nach Hause der ist noch unterwegs und der macht sehr schön ach ist das toll wenn das so einfach funktioniert das ist so geil ich liebe das naja, dann haben die doch alle zu tun ich würde mal sagen den fahr ich mal selber schnell nach Hause so also was heißt nach Hause den fahr mal jetzt einfach aufs zum Hof den brauchen wir ja hier nicht mehr weil den Rest hole ich alles mit dem Bladewagen ihr Lieben ich werde die Folge an dieser Stelle beenden ich schaffe jetzt den Axion zum Hof äh zum Hof ich sag jetzt mal zum Hof zum Händler zurück damit er nicht sich kaputt schleppen muss bloß weil ich zu faul war und ja, es ist schön hier bleibst du jetzt mal bitte hier oben auf der Straße ich danke dir steht da dort hinten ist egal ähm und genau ich werde die Folge an dieser Stelle beenden und würde mich freuen wenn ihr morgen wieder zu einer neuen Folge einschaltet vom LS22 auf der NF Marsch bis dahin ciao tschau tschau tschau